Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Dr. Frömming, Ihr Problem ist ja nicht der stenografische Dienst, sondern dass Sie die Sprache nicht können. Ich will jetzt wieder zu Plädeutsche was switchen und muss was an Beginn sagen. Meine Sprache, die ich jetzt schnacken da, schnack ich sonst eigentlich mit meinen Ölern an den Armbrotstisch. Wir schnacken nicht über Politik so viel, aber ich muss sagen, dass wir vielleicht mehr mocken. Und eigentlich sagt man nicht sehr in Plädeutsche, wir sitzen nicht, wir duzen. Und das moche ich natürlich nicht, Frau Präsidentin, das moche ich aber hier auch gerne mocken. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass wir diese Debatte heute führen können. Einen vielen Dank an alle, die dort Turbieträgen haben, dass wir das mocken können. Nicht nur, um mal so ein Bett in Stimmung in diese Parlamente zu bringen, das ist auch manchmal wichtig, Johann, sondern weil das ein wichtiges Thema ist. 2008 Heim haben Johann Sator von Iktusom, ob in der Ukraine-Reise gemeinsam mit Wolfgang, Säten in dem Restaurant und Hemm irgendwann tofällig faststellt, dass wir beide Plädeutsche schnacken können. Ich muss sagen, ich habe das schon so ein Bett gehört wie die. Ich kann diese wunderbare Ostfriesenplatten nicht schnacken, ich komme aus Nordfriesland. Aber wir haben uns verinbart, wie wir kicken mal, was wir da in ein Parlament mocken können. Und dann haben Phyllis Polat und ich zusammen ein Gespräch, ein digitales Gespräch mit das Netta-Dütsch-Sekretariat und die jungen Lü, die da auch sitzen, fällen dann dank, dass sie auch da sind. Und wir haben doch etwas schnackt, was kann das Deutsche Bundestag eigentlich tun, damit das ganze Thema in den Betten mehr Aufmerksamkeit kriegt. Und dann käme immer wieder die Debatte darauf, das gibt doch auch, dass der Parlamentskreis Peert und Bus und Bonn und Vorrat worum gründen wir nicht einfach in den Parlamentskreis Pladütsch. Und das haben wir mockt. Und ich bin froh, dass wir das mockt haben. Und ich bin froh, dass wir im Parlamentskreis Müllerheiten haben, die Stefan und Denise gründen haben. Und da arbeiten wir go to song. Und ich moch, weil ich von der Ombrotstisch und Min Ölern vertelt habe, zumindest noch gau sehen, wie das eigentlich käme, dass ich Pladütsch schnackt. Das ist nämlich auch nicht von Geburt an wählen. Min Vater ist Pladütsch obwissen. Und als sie in der Schule käme, muss sie Hochdeutsch erst lernen. Das hat die Muttersprache von Min Vater ist eigentlich Pladütsch. Und dann geht das die Zeit in der Generation von Min Ölern, wo man sagt, wo schnackt man nicht mit jemme Kinder, schnackt man nicht Pladütsch. Weil das ist vielleicht noch ja nördlich. Und wir haben vorhin in einem Kreis wie jem gehört, dass das Studienduffeln gibt. Und jem kennen sie all, dass die Tornen ganz anders sind. Nämlich je mehr Sprachen, je mehr Inflüsse Kinder kriegen, je mehr unterschiedliche Perspektiven sie dort auch auf die Welt haben, desto besser. Und deshalb geht es bei uns natürlich an der Westküste und auch in der Kahn-För-Dummels, in Ostküste, in Pladütsch-Förlesewettbewerb. Und ich habe die an der Schule gewonnen und dann in den Kreis. Aber ja, aber dann kam das Problem. In den Kreis habe ich verloren. Und da habe ich die Jury gefragt, woran hätte denn das liegen? Und dann haben sie gesagt, man hört, dass du das nicht schnacken, da ist zu hübs. Und das erste oder meine Konsequenz wäre, ich bin zu meinen Vater in den Hübsch kommen und habe gesagt, wie schnacken jetzt Pladütsch. Und das ist Englisch vor, weil ich habe Hochdeutsch kennenlernt. Ich wusste, ich schnack Pladütsch, offensichtlich. Mit meinen Oma habe ich das aufgemacht. Und sie darf schnacken meinen Vater und ich Pladütsch zusammen. Und deswegen kann ich auch Pladütsch nicht abschreiben. Deswegen stört hier Hochdeutsche Begriffe. Und ich versöchte das jetzt irgendwie simultan zu übersetzen. Ich weiß nicht, ob das so gut klappt. Was will ich damit sagen? Pladütsch ist, wenn man nicht gerade mit dem Minderheitensekretariat oder dem Niederdütssekretariat schnacken darf, Pladütsch ist ein Sprach von der Alldach, von der Lüt. Wenn ich an der Westküste wie mir spazieren gehe, dann drohe ich Lüt und sage ich moin und wir schnacken. Den mocken sich aber keinen Gedanken darüber. Das ist gerade Pladütsch schnacken. Der tut das einfach. Und das ist der Innerscheid. Und ich mochte das nur düdlich mocken. Natürlich schnacken die Hüt hier über regionale Minderheitensprocken. Und darüber, wie könnt ihr diese Sprachen schützen? Aber wie mögen das Ugtun Alldachwahnlotten? Und deswegen ist diese Debatte so wichtig. Das galt nicht um Fischbrötchen und Möwengeschrei und Folklore. Wie mögen an den Punkt kommen, dass das alltäglich war. Dass Kinder sagen, Papa, ich möchte auch Plattdeutsch mit dir sprechen. Oder wo kann ich das lernen? Wie mögen wir da hinkommen, dass Tonys beschnackt waren, damit Kinder Plattdeutsch hören können? Sprachenvielfalt in Deutschland ist Rieg. Das sind nicht nur die Minderheiten und Regionalsprachen. Das klingt hier auch ukrainisch und vietnamesisch und polnisch. Diese Riektum, die wir hemmen in Deutschland, die mögen wir schützen und bewahren und fortentwickeln. Das ist der Ort, wie wir auf die Welt klicken. Und das allerletzte, was ich denken muss, Frau Präsidentin, weil ich muss zum Schluss kommen, obwohl Plattdeutsch eigentlich ja immer schnell und gar auf den Punkt kommen. Wie uns in einem Parlamentskreis Plattdeutsch sind noch Plätze frei. Und wie freut uns sehr, der nächste Parlamentskreis mit ihrem Tuzan zu mocken. Man muss nicht Plattdeutschnacken dafür, man kann einfach für Bicom mit uns einen Tast Kaffee trinken. Vielen Dank, dass wir das Tüte mocken. Und ich freue mich auf die wiederen Debatte. Vielen Dank.